Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort, mit mir, Laura. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich vor dem Thema Feminismus selbst total zurückgeschreckt bin, es aber irgendwie auch interessant fand. Gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass überall Fettnäpfchen aufgestellt sind, in die ich ganz sicher reintreten werde. Ich hatte irgendwie keinen Bock, dass mich jemand als gute oder schlechte Feministin beurteilt. Ja, vor allem wollte ich mich selbst nicht beurteilen. Dieser Podcast soll dazu da sein, mich und damit auch dich Stück für Stück an das Thema anzunähern. Es soll eine Einführung sein, eine Reise, bei der ich dich an die Hand nehmen möchte. Mindestens einmal im Monat kommt eine neue Folge raus. Ja, ich verbleibe mit feministisch vorsätzlichen Grüßen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!